Oma, noch eine Frage. Was hörst du denn für eine Musik? Was ist denn dein Lieblingslied? Meine Volksmusik? Ja, Lieblingslied, das ist eigentlich eine große Lieder. Was hast du denn früher so getanzt? Ich tanze überhaupt nie. Ich tanze nie. Nicht da? Wieso nicht? Nein. Ich tanze einfach auf dem Tisch. Und an dir? Ja, ich habe ihn nicht gekannt. Ich habe ihn nicht gelernt. Ich habe die besten Tänzer gesucht, die sind auf dem Tisch, die haben getanzt. Das hat er nicht gekannt. Auf einem Meter auf dem Tisch war der Nadelraum. Da sind zwei, wo er die Tänzer gegangen ist, und die Olga, die Frau von Max gekannt, wo er geblieben ist. Die sind zwei dann die besten Tänzerinnen. Der hat daran geholt. Und zu ihm, was ich weiß, dass er selber ist. Dann ist er mit dem Tisch. Da haben sie in den Wald zurückgetanzt. Ja.